Eine herzliche Begrüßung mit drei Meidlinger L hier am Kanal vom Media Groove. Nur hier läuft die Sendung der Rote Stuhl, auf dem ich die Ehre erfahre, Platz nehmen zu dürfen. Und ich freue mich schon auf das Gespräch. Bis dann. War das so richtig? Herzlich Willkommen auf dem Kanal vom Media Groove bei einer neuen Folge von Auf dem Roten Stuhl. Und heute darf ich einen Gast begrüßen, der die österreichische Radiolandschaft maßgeblich mit beeinflusst hat. Das möchte ich jetzt mal so sagen. Dass es allerdings viel, viel mehr über ihn zu besprechen oder zu berichten gibt, das werden wir jetzt gleich klären. Herzlich Willkommen, Gerald Wotterwa. Ich begrüße dich sehr herzlich, aber auch alle Damen und Herren an den Empfangsgerätinnen und Geräten. Sehr schöne Begrüßung. Gefällt mir außerordentlich gut. Ein bisschen ausgendern. Das ist ausgegendert, das Gespräch. Super. Gerald, ich habe es ja schon gesagt, du hast quasi eigentlich die Radiolandschaft mitgeprägt. Dort hat alles begonnen. Das kann man so sagen, deine Karriere. Ich höre ein kleines Fragezeichen. Zu Recht, weil es so nicht stimmt begonnen hat, meine öffentliche Arbeit mit Montevideo eigentlich. Das war eine Radiosendung mit Bild, also quasi Fernsehen eigentlich. Aber es war vom Konzept her, Oliver Beyer hat das damals präsentiert, eine Sendung, die mir am Sonntagabend gelaufen ist. Ja. 1994. Ich erinnere mich, als wäre es 22 Jahre her so gut. Und das wurde aber im Funkhaus, wo ja die Radiostudios sind, aufgenommen. Da gibt es unten auch Fernsehstudios. Und da haben wir das sehr ähnlich wie eine Radiosendung auch produziert. Da gab es Videos dazwischen. Ich erinnere mich noch dumpf, ja? Ja. Du hast ein kleines Kind wahrscheinlich. Ja. Und das war wohl eine Fernsehsendung im Funkhaus. Und parallel dazu habe ich dann kurz danach begonnen. Also das hat irgendwie fast gleichzeitig angefangen. Bei Ö3, FM4 gab es noch nicht zu moderieren in der Nacht. Und die Video ist ja ein spannendes Format gewesen damals, weil auch damals sehr umstritten ist, hat man da Oliver Beyer, der da auch maßgeblich beteiligt war, selbst erzählt, dass das teilweise ja total die Nation gespaltet hat, gell? Ja. Also einerseits das, aber es gab viele Befürworter und viele gesagt haben, das ist ein Schaß. Aber das ist ja auch ganz gut, denke ich mal, wenn man was macht und probiert und die Menschen eine klare Haltung dazu oder dagegen haben. Also das stört ja nicht so lange genug gerne zuschauen. Ja, dafür sprechen sozusagen. Das ist in Massenmedien immer praktisch. Ja. Letztendlich wurde es ja dann aber abgesetzt eigentlich, ne? Aufgrund der umstrittenen Situation, oder? Ich erinnere mich so, dass damals war eine Generalintendantenwahl und der Gerhard Zeiler war aufgestellt und ist es dann auch geworden. Und im Vorfeld werden die dann die Kandidaten dann gerne interviewt und dann ist er immer da gefragt worden, welche Sendungen taugen haben, welche nicht. Und der war einer von den Gegnern. Okay. Es gab einige Befürworter, damals der Wolfgang Lorenz war Programmintendant, glaube ich, aber ich bin nicht so sicher, welche Position. Aber der hat das sehr unterstützt und gestützt und da sind ja dann oft Grabenkämpfe auch im Hintergrund. Und er hat das quasi so wie ein Exemplik, Köpfer mal ein Baby, der Vorgänger, als erste Amtshandlung, glaube ich, hat er Montevideo abgesetzt. Ja, schade eigentlich um dieses... Ja, aber es ist auch ein Kompliment irgendwie. Ja, man kann es aus beiden Seiten. Ich sehe das sehr positiv. Aber ich weiß das eben noch, dass diese Absetzung schon auch ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit, Hallo, ich bin jetzt da, war und der Oliver hat mir erzählt, dass er den allerersten Termin hatte beim Zeiler damals als frischgepackter Generalintendant. Und ich denke mal, wenn jetzt jemand, der einen Job antritt in dieser Größenordnung, kein anderes Problem hat, als eine Sonntagssendung um 17 Uhr oder so abzusetzen, dann muss man das schon so sehen, wie es ist. Also ich sehe es durchaus auch als, wie soll ich sagen, ja. Ich glaube, die Einschaltquoten waren ja auch ganz gut. Und das war ja auch live, live, also eine richtige Live-Sendung. Genauso außergewöhnlich wie das Format von Montevideo war ja letztendlich auch Projekt X. Also ich würde mal sagen, das war ja zu damaliger Zeit ganz was Neues, was ihr da kreiert habt. Da gibt es die lustige Geschichte auch mit Oliver Bayer in Verbindung bei U3 damals, dass ihr ja quasi aus dem Bühnenaufbau heraus entdeckt worden seid. Naja, ja, das hat alles miteinander zu tun. Den Oliver Bayer habe ich kennengelernt, gemeinsam mit dem Herbert Knötzl, wie wir Bühnenarbeiter waren für U3, wenn es so Discos am Land waren. Und der Oliver hat damals moderiert und so haben wir uns kennengelernt. Und da ist auch der Herr Ralf entstanden. Das war die Figur, die ich in Montevideo gespielt habe. Ja, genau. Der Herbert war da auch dabei. Und dann hat der Oliver mich zu Montevideo dazugeholt. Wir haben dann den Herbert für so diverse Zuspielungen und Beiträge, war der auch schon dabei. Und den Clemens Heipel, der war ja auch damals bei Montevideo dabei. Und wir haben auch verschiedene so Beiträge gemacht. Und da habe ich den Clemens kennengelernt. Und da haben wir dann entdeckt, dass wir schon noch eine sehr eigene Art und Weise haben, wie wir Humor oder was auch immer verstehen. Aber wie kann man sich das vorstellen vom Bühnenaufbau? Ich meine, das sind ja jetzt Leute, die nicht unbedingt im Hauptfokus stehen. Habt ihr das dann darauf angelegt, irgendwie aufzufallen oder gesehen zu werden? Wie kann man sich das... Ja, ich weißte, wenn man jung ist, dann hat man halt die Gaschen offen. Und wenn das irgendwie genug Menschen unterhält. Also sehr normal, so wie es halt überall, wenn der Schmäh rennt und das funktioniert. Und das waren die Anfänge, wo Ö3 so Außenveranstaltungen gemacht hat. Und das waren ja teilweise wirklich am Arsch der Welt. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie wir irgendwann nach Tirol gefahren sind. Und da bist du eh schon in einer kleinen Ministadt. Dann kommst du in ein Dorf, dann fahrt man nach einem Tal weiter und irgendwann einmal ist dann ein Ort, wo man das dann aufbaut. Und dann sind halt ein paar hundert Menschen aus der Umgebung. Und dann ist man einfach unter sich und dann rennt der Schmäh und irgendwie so ist das entstanden. Okay, das heißt, da klebt man auch direkt das Dorf einander. Es ist ja niemand da. Ja. Okay. Und dann isst man halt zusammen oder irgendwie so. So ist das. Ich weiß nicht, das ist lang her. Aber irgendwie so ist das entstanden. Aber der Schmäh scheint doch auffällig gewesen zu sein. Auffällig gut, ne? Offensichtlich, ja. Weil sonst wäre das ja alles nicht passiert, was dann passiert ist. Ja. Und eben das Herr Ralf und Herbert Knötzl war Herr Leopold. Das war damals quasi beim Aufbauen einfach unsere alten Egos. Ich habe vorher mit Matthias auch noch geredet, der die Technik macht. Den sieht man jetzt gerade nicht. Aber vielleicht könnten wir, ich glaube, wir werden ihn dann einmal einblenden heute. Ich fände, es wäre eigentlich ganz gut, wenn der Matthias auch einmal vorkommt. Er schüttelt den Kopf. Ich meine, die Sendung ist bekannt für Supersound, Superbild und das verdanken wir ihm. Eigentlich ausschließlich für Supersound bekannt. Vorwiegend, ja. Und wir haben so vorher geredet, nämlich wenn man das Projekt X zum Beispiel, oder auch Montevideo kann man, glaube ich, da auch dazu nehmen, aufs heutige Fernsehen umlegt. Das ist ja unvorstellbar, dass man das heute noch im Fernsehen bringen würde oder könnte, oder? Ja, es ist schwer vorstellbar, dass Verantwortliche im Fernsehen die Entscheidung treffen, einer kleinen Gruppe den Freiraum zu geben, etwas zu entwickeln. Ja. Weil halt, glaube ich, alle Firmen und Medienunternehmen halt so aufgebaut sind, dass es sehr strenge und starre Strukturen gibt und eine Hierarchie, in der Entscheidungen getroffen werden, bevor da irgendwas rausgeht, auch verständlich, vor allem wenn öffentliche Gelder dafür verwendet werden, wird das halt geprüft. Und das, was wir damals gemacht haben, war halt eher redaktionell, so kann man das beschreiben, dass man quasi in einer kleinen Gruppe von Menschen halt miteinander deppert ist und man hofft, dass das irgendwie den Schmäh dann trifft, den andere Menschen auch haben. Ja, ja. Was mich interessiert, das war, so wie es wirkt, und das ist jetzt aber ohne Wertung gesagt, improvisiert großteils. Ist das richtig? Also, was Projekt X zum Beispiel betrifft? Projekt X, ja, Projekt X baut ganz stark auf Improvisation auf, oder das war immer so, Das heißt, die… Das war die Grundidee, also in der Radiosendung, dass jeder halt, wer ist, und man hat eine Ausgangsposition und vielleicht ein paar Entwicklungsmöglichkeiten, aber auch die war in größtmöglicher Freiheit nur vorgegeben, also macht halt jeder das, was er macht. Und es ist ja im Prinzip auch darum gegangen, die anderen zum Lachen zu bringen, unter dem Aspekt, dass man nicht lachen darf. Das war ja fast ein kleines Markenzeichen dann auch. Wenn es dann passiert ist, war das natürlich ein Zeichen dafür, dass es ganz gut läuft. Ja, ja. Dann hast du 2009, und vielleicht, glaube ich, wissen das gar noch nicht alle, FM4 und auch Projekt X verlassen. Ja, circa. Ich habe ein Interview gesehen, wo du gemeint hast, dass du teilweise heute noch angesprochen darauf wirst, dass du noch immer im Radio, dass dich gestern gehört haben oder so. Verblüffenderweise. Es werden auch manchmal alte Projekt X-Sendungen wiederholt oder so, oder alte Jingles gespielt. Ich habe wahnsinnig viele FM4-Jingles gesprochen auch. Mhm. Also in der Zeit halt und hin und wieder läuft das. Aber manchmal sprechen mich Menschen, dass sie gestern eine Sendung, die ich moderiert habe, gehört haben, aber das kann nur sechs Jahre her sein oder mehr. Ja. Wenn man sozusagen durch so eine lange Zeit immer wieder auch das Thema am roten Stuhl so einen Stempel bekommt. Ja. Der FM4-Moderator, ne? Der FM4-Moderator ist ein Stempel. Ja. Vielleicht. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, das ist jetzt völlig außer Wertung. Aber oft, wenn man sich dann verändern möchte, und ich gehe aus, dass die 2009er-Entscheidung auch so ein bisschen eine generelle Entscheidung für Veränderung war. Ist das ja dann manchmal, wenn man jetzt zum Beispiel, wie du ins Schauspielfach wechselst, gar nicht so einfach, weil viele dann, das hat man auch zum Beispiel der Oliver Bayer erzählt, der sich sehr schwer getan hat, die Leute immer gesagt haben, ah, der Radiomoderator möchte jetzt Schauspieler werden. Dadurch einen die Leute das gar nicht so zutrauen teilweise, oder, ja? Ja, ich denke mal, es gibt viele Menschen im öffentlichen Leben, und jeder kennt auch sonst viele Menschen, und man neigt halt dazu, andere irgendwie einzuordnen, auch damit man schneller weiß, wie gehe ich auf ihn zu, oder das ist der, das ist der, das ist der. Aber in dem, was ich mache, oder auch immer gemacht habe, war auch immer der größtmögliche Freiraum in alle Richtungen, also ich habe auch, ich habe normale Radiosenner moderiert, aber habe natürlich im Projekt X, ich weiß nicht wie viele, hunderte Rollen gespielt, habe in den 90ern auch, aber auch schon ein bisschen in Filmen gespielt, und das Schauspiel war immer Teil meines Lebens. Ich habe es halt dann, ich bin halt auch nicht so richtig dazugekommen. Und, und, dass ich dann aufgehört habe mit dem Radio lag vorwiegend daran, dass man immer getrocknet hat. Also, dass ich mir dachte, egal was ich mache, in dem Bereich, in dem ich tätig bin, muss halt, ist es wichtig, es auf die Art und Weise zu machen, die dir Freude bereitet, weil nur so kannst du es ja auch nach außen tragen. Ja. Was nicht heißt, dass man nicht einen schlechten Tag hat, aber wenn man dann irgendwie merkt, dass man sich selber nicht mehr in etwas gut findet oder so. So die Grundzufriedenheit einfach nicht mehr stimmt. Ja. Und ich habe dann wirklich teilweise Situationen gehabt, wo ich quasi mit einem Kopfhörer vor dem Mikrofon sitze und dann meine eigene Stimme nicht mehr hören konnte. Und da habe ich gedacht, da muss man aufhören. Da muss man was ändern, ja. Auf dem Roten Stuhl gab es eine Zeit lang auch eine Radiosendung. Und was ich so spannend gefunden habe, ist auch, dass man im Radio so ein bisschen auch seine eigene Persönlichkeit finden muss. Im Gegensatz zu dann, wenn Kameras laufen, ist das dir auch so gegangen. Also, man ist irgendwie da, eigen und auf der anderen Seite auch wieder ein bisschen anders. Man agiert anders. Ja. Ja, das Radio ist immer, das ist lustig. Obwohl die Situation ja ähnlich sein kann, finde ich, ist das Radio noch immer eher so ein Eins-zu-eins-Medium. Also es ist, man spricht zu einem Menschen meistens in Wirklichkeit, obwohl man sagt eher da draußen oder wie auch immer. Und man hat schon irgendwie das Gefühl, da hören viele zu und sind ja im Radio auch oft wirklich viele. Wenn man jetzt im Fernsehen, ich habe im Fernsehen nie viel moderiert, aber halt Live-Moderation und auch viele gemacht. Aber ich glaube, sobald es mit Bild ist, öffnet sich das mehr. Das Radio ist intimer. Und was wirklich großartig ist am Radio und das ist so wie mit Lesen, Bücherlesen oder Filmen schauen, das Radio lässt halt auch mehr Freiraum für die Fantasie derer, die zuhören. Und das ist schon live. Und natürlich der Unterschied ist auch, man braucht mit Körpersprache nicht irgendwie aufpassen oder darauf achgeben natürlich. Ja, die passiert dann. Kann man auch mit fetten Haaren moderieren. Die Körpersprache der fetten Haare ist mir immer sehr wichtig gewesen. Und eigentlich habe ich immer nur mit fetten Haaren moderiert. Also wichtig ist als Radiomoderator immer ein bisschen Butter in den rechten Hosensack und dann vor der Sendung, damit der Kopfhörer besser… Ach so, ja stimmt, ja. Hat man einen Kopfhörer auf. Auch ein wesentlicher Unterschied. Man kann einen Kopfhörer auf haben, muss aber nicht. Ja, stimmt, genau. Früher, erst in den 90er Jahren habe ich noch Sendungen moderiert mit Techniker. Und da sitzt du quasi an einem Pult, so wie es früher war, das war mit grünem Filz gespannt, da vorher ist ein Mikrofon, Glasscheibe und hinter der Glasscheibe sitzt der Techniker. Das ist dann eben so eine Situation, da habe ich auch ein paar Mal sogar den Ö3-Wecker moderiert, die haben das gehabt. Und da sitzt du dann da und dann ist quasi deine erste Ansprechperson der Mensch, der die Technik macht. Oft gibt es halt dann auch Redakteurinnen oder Redakteur, Technikerinnen hat es auch gegeben. Wegen Gendern. Wegen Gendern, ja. Was gar nicht so unangenehm ist mit dem Techniker, weil dann irgendwie so ein Gefühl des persönlichen Gesprächs entsteht, ne? Ja. Ja, im Radio, wenn man moderiert in der Nacht zum Beispiel und völlig allein ist, also so Selbstfahrerstudio, was die meisten Radiosender heute, glaube ich, so machen, in Sendungen, wo jemand allein moderiert oder in der Nacht, da ist man halt wirklich nur für sich und spricht mit Menschen, die dann nie was sagen. Das muss man auch einmal packen, in diesen Stunden der Nacht, also da beginnt die Sendung, keine Ahnung, um eins und man sitzt halt fünf Stunden dort, spielt immer drei Lieder und dann erzählt man den Menschen was. Also für den körperlichen Biorhythmus wahrscheinlich auch nicht leicht, ne? Diese Nächte. Diese ungewöhnlichen Moderationszeiten. Ja, aber man kann dann, das zum Beispiel, es gibt ja auch im Tierreich Lebewesen, wie Katzen zum Beispiel, denen Nachtaktivität nachgesagt wird und da kann man dann lernen. Also wenn man dann tagsüber ein bisschen sich einsetzt und die Katzen beobachtet, wie die das machen, weil zum Beispiel in der Nacht ist es dünkler als am Tag, also wenn man beim Fenster rausschaut, ist es ganz schwarz draußen. Das habe ich schon festgestellt. Genau, und das ist ein riesen Unterschied zu Tagessendungen, wenn man da rausschaut. Und da kann man zum Beispiel dann nur erzählen, jetzt ist es draußen dunkel. Aber das wissen die Leute eh. Meistens, ja. Ich sage immer, die schwarze Luft, wenn draußen ist, ist meistens Nacht. Ja. Genau. Oder man ist in einem Tunnel. Ja, das kann auch passieren. Kann auch sein. Oder in einem Keller, wo kein Licht ist. Gibt es viele Möglichkeiten. Oder unter der Decke. Oft, wenn man so Decken hat und man liegt im Bett. Gesteppdecken. Man liegt zum Beispiel gesteppte Decken mit einem Überzug, der recht dick ist und auch kein Licht durchlässt. Und dann liegt man mit jemandem im Bett und die Decke ist ganz drüber. Dann weiß man, wenn man vorher nicht geschaut hat, nicht wie der andere Mensch ausschaut. Und da kann man den Tastsinn zum Beispiel wieder besser bedienen. Und im Radio kann man den Gehör sehen. Richtig gute Tipps heute auf dem roten Stuhl, die man auch im Alltag anwenden kann. Das sind Jahrzehnte der Erfahrung. Ja. Um wieder auf den Ernst der Karriere zurückzukehren von dir, Gerald. Ja. Die 2009er Entscheidung, ich habe es vorher kurz angedeutet, das war für mich von außen wirkt so wirklich so fast eine Lebensumstellung auch. Also, ich habe so das Gefühl auch, dass du schauspielerisch ein bisschen mehr in die ernstere Schiene wolltest. Deutet dich das richtig? Ja. Also, Karriere in dem Sinn, oder Karriereplanung war nie so meins. Also, ich habe eher gewusst, was ich jetzt nicht mehr wollte. Und das Schauspielen hat mir getaugt. Und ich habe dann ja im Rabenhof, glaube ich, sieben Stücke hintereinander gespielt. Und die waren teilweise ernst und teilweise nicht. Also, das war ganz unterschiedlich. Also, kein bewusstes Ding so unbedingt. Ich wollte das nur nicht ausschließen. Das war eher das Ding. Und ich habe mich jetzt auch nie so als Comedian oder was auch immer gesehen. Das ist halt passiert. Und es sind mir auch dementsprechende Rollen angeboten worden. Weil danach war ja dann auch Schlawiner zum Beispiel. Das ist jetzt auch keine ernste Serie in dem Sinn. Und auch die Rolle, die ich da spiele, ist auch keine irrsinnig ernste. Es gibt ja auch da viele, die sozusagen diesen Stempel ein wenig loswerden wollen, nach einer gewissen Zeit einmal nicht immer nur als Kasperl gesehen zu werden. Unter Anführungszeichen habe ich auch schon öfters... Dass die Leute am roten Stuhl sitzen und sagen, ich will nicht mehr nur als Kasperl gesehen werden, sondern auch als... Als ernst zu nehmen. Was ist das Gegenteil von Kasperl? Als Krokodil eigentlich. Genau. Wurde eher selten erwähnt als Krokodil. Aber ich möchte das jetzt sagen, ich möchte nicht nur als Kasperl gesehen werden, auch ein bisschen als Krokodil. Also wenn jetzt Gendernregisseurinnen oder Regisseure, Kasterinnen oder Kaster zuschauen, wenn es ein Krokodil zu besetzen gibt, da wäre ich dabei... Du wärst bereit dafür. Schaue ich mir gerne an Krokodile. Mhm. Die liegen 18 Stunden, bewegen sich nicht einen Millimeter, dann spaziert davor ein kleines Antilopenbaby vorbei. Zack! Aus der totalen Starre innerhalb von Sekundenbruch. Dann schnappen sie zu. Verschlingen das Tier. Und dann liegen sie wieder starr da und verdauen. Aber da gibt es auch Schlangen, die Riesenschlangen. Welche sind das? Die die ganze Antilope. Die stülpen sich mit dem ganzen Körper drüber. Und... Und brauchen dann aber Stunden an, um das runter zu würgen. Ja, Tage können also sich nicht bewegen. Sie sind natürlich dann auch sehr gefährdet gegenüber ihren Feinden. Aber solche Rollen würde ich schon gerne auch spielen. Das... Okay. Ja, dann kann man nur hoffen, dass da jetzt viele Casterinnen und Caster zuschauen. Ja, dann... Ich möchte das auch ein bisschen nutzen, das Forum. Natürlich. Interessante neue Rollen... Ich hoffe, dass ich dir mit dem roten Stuhl auch ein Forum bieten kann. Ich weiß nicht, wie viele Casterinnen bei mir zuschauen. Das habe ich nun... Also bei YouTube kann man ja sehr viele Statistiken einsehen, aber... Ja, aber dass nicht wer zuschaut, weil die Leute das nicht... Ja, Google weiß das sicher. Ja. Ich werde mich da mal... Aber das ist super, das ist fast eine Marktlücke. Also als Krokodil schauspielerisch tätig sein zu wollen. Ich glaube, das sind eher die Wenigeren eigentlich. Eventuell ein neues, sehr lukratives Betätigungssystem. Das Krokodil gegen den Kasperl, ja. Es ist der ewige Kampf. Was will man machen? In Wirklichkeit geht es in der Welt seit Jahrhunderten gleich. Immer Kasperl und das Krokodil, ne. Kann man jetzt so sagen. Das sind die Archetypen, wie man sagt, ne. Ja. Jetzt akademisch betrachtet, ne. Gut, wir sind vom Thema abgekommen. Richtig. Im Falter, und da knüpfe ich jetzt an vorher an, du hast gesagt, so richtig Karriere geplant hast du gar nicht. Ja. Falter war ein interessanter Artikel, wo drinnen gestanden ist, so quasi fast die Headline, dass du eigentlich schon längst ein riesen Star sein solltest. Also. Kennst du den Artikel? Ja. Und der Falter hat sich quasi so ein bisschen darüber gewundert, warum das noch nicht in der Dimension passiert ist. Passt ein bisschen zu dem mit der Karriereplanung. Das war offensichtlich auch von dir gar nie angestrebt. Ja, ich wüsste ja auch nicht, wie man das, also wie man das anstrebt. Ich glaube, da gibt es schon auch Leute, die das bewusst herbeiführen wollen, ne. Star werden. Ich möchte ein Star werden. Also, ja, ich sehe das gesamte, also auch das Leben jetzt, wenn man öffentlich tätig ist, wurscht wie, ob man jetzt schreibt oder spielt oder musiziert. Mach ich auch gern. Oder Schauspieler oder was weiß ich, Regie, Fernsehen, wurscht welches Medium. Das ist ja auch immer, oder sagen wir so, in den seltensten Fällen etwas, was man so wirklich langfristig vorhersehen kann. Ich meine, diese Peter Alexander oder Udo Jürgens Superstar-Karrieren jetzt aus dem österreichischen Raum heraus sind ja relativ rar. Und die kannst du dir wirklich auf einer Hand erzählen. Über den langen Zeitraum auch meinst du, ne? Ja. Über Jahrzehnte sozusagen. Und es gibt einfach Berufe, die man hat. Und das Wort Star, damit konnte ich nie viel anfangen. Ich meine, es ist sowieso eine Frage der Definition, wann ist man ein Star und warum ist man ein Star. Ja, aber ich glaube schon, dass es Leute gibt, die auch das im Vordergrund haben, dieses berühmt zu sein und deshalb auch in die Richtung gehen möchten. Ja, es ist auch verständlich, weil berühmte Menschen immer so beliebt sind und gut ausschauen und schön geschminkt und tolles Gewand haben und Autos und Geld. Ich glaube, das sind auch einfach diese Faktoren. Und wenn sie ins Lokal reingehen, grüßen alle freundlich oder wollen eine Signatur am Unterarm. Wo du jetzt dann ja gleich hin musst, ne? Zur Signierstunde. Ich gehe jetzt nachher zu einer Signierstunde, ja. Wie geht's? Der dort zum Beispiel dabei ist? Bei der Signierstunde? Ja, also ich meine, jetzt echt vom Gefühl her ist das dann eher was, wo man sich denkt, boah cool, da wollen Leute ein Autogramm oder ist das eher sogar unangenehm, wenn es einem eher nur um die Tätigkeit als solches geht? Ja, ich kommuniziere gern mit Menschen eigentlich und ich denke mir, das ist ja auch ein, man redet halt mit Menschen auch darüber. Da erfährt man ja auch dann kurz, wie wer heißt zum Beispiel oder kann man sich dann immer etwas überlegen, was man jemandem mitkippt auf den Weg. Ich habe auch in der Volksschule ein Stammbuch gehabt, schaue ich bis heute rein, wenn ich nicht weiter weiß, da stehen dann Sachen drinnen, wie das wichtigste Stück im Reisegebäck ist ein lachendes Herz. Immer wenn ich auf Reisen bin, kann ich mich daran erinnern, immer eigentlich, oder ein lächelndes Herz. So, da kann man den Menschen auch was... Irgendwas mitgeben, was man... In dem Zusammenhang fällt mir immer der Josef Hard ein aus seinem Programm privat, ganz am Ende bei der Zugabe, wo er gesagt hat, der Schluss ist irgendwie unstimmig, aber er möchte den Leuten so gern was mit nach Hause geben, vielleicht ist das was gescheit, ein gutes Ende. Und sagt dann, sie sollen den Duschvorhang, wenn sie einen Duschvorhang haben, eher außen haben. Also so wichtige Sachen halt. Stimmt, wobei ich finde, er gehört innen. Interessanterweise. Weil er dann so klebt, das wollte er, glaube ich, vermeiden. Ja, ja, aber man muss ihn innen haben, weil dann rennt das Wasser innen, weil sonst, wenn der Duschvorhang außen ist, ja, dann hast du hier, das ist der Rand der Badewein und da der Duschvorhang, dann rennt das Wasser außen. Dann hat man Überschwemmung. Dann hat man Überschwemmung. Dieser innen piekt er zwar am Körper, aber wenn man, muss man halt den Abstand halten zum Duschvorhang. Es ist eigentlich… Aber er wirft eine interessante Problematik auf am Schluss. Und das ist das Leibernde. Man hat das schon, war ja ein super Programm privat. Das ist hängen geblieben bei mir. Und das bleibt bei dir hängen. Unter anderem muss ich sagen. Ja, aber wie gesagt, es gibt immer verschiedene Zugänge. Aber ich finde die Begegnung mit den Menschen, die das anschauen, was man macht, oft interessant und freundlich auch. Das sind ja auch sicher super Sachen, wenn die Leute dann lobende Worte loswerden. Weil ich stehe mir vor, die, die da hinkommen, kommen ja dann nicht, um dich zu schimpfen. Man hört allgemein das Negative immer über andere Seiten. Oder liest es im Internet, aber da lese ich nicht mehr so viel. Echtmals? Weniger. Gibt man mit der Zeit aus. Ich habe eine Zeit lang gelesen, da sind eh viele schöne Worte dabei. Aber oft dann Schirche auch. Je nachdem, das ist immer so. Ich meine, das ist ja nicht so. Aber ich denke, quasi die Tätigkeit der Unterschrift, des eigenen Namens, das habe ich nie so verstanden. Obwohl ich auch Autogramme habe. In Montevideo zum Beispiel habe ich mir von der Nena ein Autogramm gegeben. Ich habe teilweise sehr tolle Gäste gehabt. Die Nena war sehr namhaft. Heino, ein berühmter Schlagersänger gewesen, der hat mir auch ein Autogramm gegeben. Und ich habe ein Autogramm leider nicht selbst geholt, aber von noch zwei Musikern, die gemeinsam eine Band haben, mit anderen Mick Jagger und Keith Richards, auf einem Zettel. Das habe ich auch, aber ich schaue es mir auch nie an. Aber das waren nicht die Montevideo, oder? Die waren nicht die Montevideo. Aber der Heino hat kurz davor in Venedig offensichtlich den Mick Jagger getroffen gehabt, damals vor 22 Jahren. Und hat dann, weiß ich nicht, wie das gegangen ist, aber dieses Foto, Heino und Mick Jagger, war dann in allen Zeitungen gerade zu der Zeit. Okay. Und er ist dann, wir hatten so ein Ein-Mann-Orchester, den Herrn Sommer. Und sein Auftritt war dann, wie er, I Can't Get No Satisfaction singt, glaube ich, ja. Und mit dem Herrn Sommer gemeinsam. Also es gibt schon Zusammenhänge. Wie weit? Keyboarder, ne? Der Keyboarder, ja. So ein Alleinunterhalter, der so einen Rhythmus-Tink hat, hat er eingeschaltet. Genau, da gab's halt so Lieder, ne? Wenn wer angerufen hat, da gab's noch so eine Choreografie, so auf ABBA. Er ist ein super Typ, er hat angerufen, so. Und da hat er dazu gespielt. Kann man ja teilweise noch auf YouTube nachsehen, Montevideo. Ja. Das ist die moderne Technik. Ja? Die haben das digitalisiert, das in jedem Computer, wer will. Wenn man will, ja. Ja. Habe ich noch ein paar, es sind nicht alle vollgenommen, ein paar gibt es noch nachzusehen. Genauso wie die liebe Familie, wo du dann ja auch einer Liebe fröhnst, sozusagen ein bisschen der Verkleidung. Ja. Gerne verkleide ich mich. Da habe ich mich als Haushälterin Frau Sokol verkleidet. Frau Sokol? Ja. Das war eine schöne Arbeit, auch die Verkleidung zu finden, also im Zusammenhang mit dem Kostüm-Department, weil wir da auch die Figur versucht haben, ein bisschen zu gestalten. Also da hatte ich so eine Hose, wo man da die Beinchen, also ein bisschen eine stämmigere, 60-jährige Dame, und da hat man unten quasi den Körper mal zurecht gemacht und dann oben die Arbeitsschürze und so. War schön. Lustigerweise hat sich das Format, korrigieren mich, wenn ich falsch liege, irgendwie verändert, damals mit der Neuauflage quasi. Das ist ja eher dann zu einem Comedy-Format geworden fast, weil vorher war ja das eher ernster angelegt, oder? Ja, ich erinnere mich, als Kind die alten Folgen zu sehen. Das war eine sogenannte Stehgreif-Komödie, aber ich glaube schon Komödie. Auch mit Publikum ja vor Ort, zumindest bei der Neuauflage. Das war bei der Neuauflage auch so, ich weiß nicht, ob es bei der alten so war. Aber die hatten auch quasi ein gebautes Studio und hatten eine Geschichte, eine vorgegebene. Also die haben es schon gewusst, haben aber improvisiert gesprochen, frei. Ähnlich Projekt X kann man fast sagen, ne? Also von der… Naja, das Improvisierte als Anteil. Im Projekt X war es halt auch so, dass quasi wir drei Charaktere sind, in den Radiosendungen, Fernsehen war wieder anders, aber in den Radiosendungen, wo man wirklich, wo dann jeder sich auch in jede Richtung entwickeln kann, wo man ja teilweise dann so Diskussionen hatten, so wie wir, oder Gespräche oder aber auch Situationen, die oft auch aus dem Leben waren. Also ich kann mich erinnern, zum Beispiel eine Projekt X-Sendung im Radio, die mir immer wieder einfällt, weil ich sie echt schön gefunden habe, die kommt direkt aus dem Leben von Clemens Heipel, der daheim einen Handwerker gehabt hat und der fertig war und glaube ich gar keine große Arbeit gemacht hat, so ein paar Minuten, und dann habe ich gefragt, ob er noch kurz aufs Klo gehen kann und Handwerker sind ja wirklich oft zu bemitleiden, auch Straßenarbeiter, weil die ja oft keinen WC haben in der Nähe und die müssen dann irgendwie oder anläuten und können auch keinen Kaffee kochen und klar, sagt man ja, und der ist, ehrlich gesagt, nicht rausgekommen. Also nach zehn Minuten fragt sich dann, wo ist der, kommt der jetzt wieder und dann fangt es an zu föhlen und so, genau, 20 Minuten und der hat sich offensichtlich dort wirklich am Häusl niedergelassen, hat auch einiges zum Lesen gegeben und hat dort seinen Krapfen hingeglückt. Und es ist lang geblieben und damit diese Situation eigentlich auch nur nachgespielt. Also wie ein junges Pärchen hat einen Handwerker, der aus Häusl geht und nicht mehr rauskommt, also so. Spannend. Da wussten wir aber nicht, wie sich das entwickelt. Ja, aber spannend, wie oft die Themen dann auch entstanden sind, weil ich glaube, das war gar nicht so einfach, dadurch, dass es so viele Sendungen hatte, auch immer ein Thema zu finden. Ja, naja, das war immer, wir haben uns immer getroffen und plaudert. Brainstorming? Na ja, die ersten Jahre war es ja immer live, da hatten wir dann auch lange Zeit den Druck, dass wir wirklich um Mitternacht anfangen müssen. Und da haben wir ja dann auch immer von Tribe Vibes übernommen. Damals hat Werner Geier noch Tribe Vibes gemacht oder DSL war noch dabei. Und das war eigentlich immer der normale Ampel. Wir treffen uns, reden ein bisschen, jeder weiß, wer er ist und dann hat man vielleicht ein Thema, eine Überschrift oder zwei, drei Punkte, die man machen will oder so. Und dann rappen ein bisschen, quasi aus dem Hip-Hop heraus in die Sendung. So, das war das Konzept. Also Hip-Hop als grundsätzliche Ausgangsmusikfarbe und dann aber halt Reinstieg nach der Begrüßung. Irgendwie so halt. Dein künstlerisches Leben hat ja viele Ausprägungen. Es gibt, haben wir ja schon gesagt, die Radiomoderation. Es gibt das Kabarettistische auch ein bisschen, Projekt X, was heißt ein bisschen. Und dann gibt es die Musik auch. Und alles, was du machst, ist autodidaktisch. Ja. Also jetzt ist ja das Schauspielern das, was am meisten passiert. Genau. Und das Musizieren mache ich immer wieder und auch autodidaktisch in dem Sinn, dass ich halt mir schon anlerne, was es zum Lernen gibt. Ja, ja. Aber jetzt, ich war nicht auf der Musikakademie. Oder Schauspielschule. Auch nicht auf der Schauspielakademie. Ja. Und auch nicht auf der Radiomoderatorenakademie. Oder Autoren. Aber ich lerne dann schon immer, wenn mich etwas interessiert, dann lerne ich das schon auch von jemandem. Zum Beispiel jetzt gerne beim Schauspielen habe ich sehr wohl eine Sprachausbildung gemacht. Aber halt nur diesen Teil. Und ich habe halt dann nicht fechten gelernt und habe nicht Millionen Monologe gelernt. Ja. Wie schon ganz viele Generationen davor. Ja. Oder ich habe auch ein Bierflück lesen, wo es ein berühmter Schauspieler geschrieben hat. Wo man auch viel mitkriegt. Also das mache ich schon. Ja. Gibt ja diese zwei Zugänge, wo ich manchmal auch das Gefühl habe, dass Leute, die das so aus dem Bauch raus machen, manchmal die Glaubwürdigeren sind. Die Authentischeren. Ja. Wenn man quasi aus dem Bauch machen bedeutet, dass die Emotion eine ist, die einen Grund hat, dann geht es nur so, denke ich. In Wirklichkeit. Aber natürlich ist halt auch die Art und Weise, wie etwas produziert wird, wichtig. Zum Beispiel habe ich einmal mit einem Produzenten geredet, Filmproduzent, der hat über Dreharbeiten für einen 3D-Film, eine große Co-Produktion mit Deutschland und so, und ein Riesenprojekt irgendwo in Südamerika gedreht oder so. Und der hat dann gesagt, wenn man 3D mit diesen vielen Kameras und wo technisch alles so ganz genau eingerichtet sein muss, dann ist das Schauspielen eigentlich nur mehr etwas, was dann quasi in dem Moment halt in einer höchstmöglichen Präzision geliefert werden muss, weil eigentlich das ganze Technische rundherum so wichtig ist. Das heißt, die Art und Weise, wie man diesen Beruf ausübt, ist ja auch in dem Fall sehr unterschiedlich zu dem, was man auf einer Bühne im Burgtheater macht. Das heißt, du meinst … Und sich ja sowieso einstellen auf das, was man zu tun hat. Ja. Da ist dann das Bauchgefühl oder das dann nicht mehr so entscheidend, da geht es dann mehr ums Handwerk quasi. Genau. Und ich finde das Handwerk prinzipiell sehr wichtig. Auch wenn ich Autodidakt bin. Ja, ja, ja. Und beim Schauspielen ist es halt wichtig, dass man etwas siebenmal hintereinander auf eine Art und Weise machen kann. Oder aber dann das fünfte Mal, weil es sich die Regie wünscht, auch anders. Ja, ja. Verschiedene Varianten auch anbieten kann. Auf das Einstieg kann. Ja, genau. Ja, so halt. Das ist … Also die handwerklichen oder technischen Hintergründe sind ja meistens sehr erfahrt. Aber trotzdem ein großer Teil der Arbeit. Mhm. Und das ist schon wichtig. Mhm. Aber im Moment, wir schreiben 2016, ist die Schauspielerei ja gerade im Hauptfokus. Jetzt. Zumindest scheint es nach außen so. Gerade der Kinofilm Mikey Verflieg erschienen. Ja. Wo du wirklich eine sehr ernste Rolle spielst. Ja. Ist wahrscheinlich die ernsteste Rolle bis jetzt. Ja. Aber eine sehr, war eine sehr schöne Aufgabe. Ja. Wichtig für mich. Ja. Lernt man wahrscheinlich auch sehr viel Neues dazu einfach. Auch gerade im Handwerk, wie wir ja gerade darüber gesprochen haben. Ja, das eine ist das Hintergrundhandwerk. Und jetzt in dem Fall, man lernt ja auch von jedem Menschen, den man darstellt. Alles, was man nicht aus sich herausschöpfen kann, lernt man ja dazu. Ja. Und das sind oft ganz praktische Dinge, wie jetzt eben beim Papa von Christina Nöstlinger, Walter Goethe, den ich gespielt habe oder spielen durfte. Der hat halt Russisch gesprochen auch im Film, da war Uhrmacher, war im Zweiten Weltkrieg einerseits im Feld als Wehrmachtsoldat, andererseits in Kriegsgefangenschaft im Lazarett. Er hatte diese Wunde, also da gibt es einfach sehr viele Hintergründe. Aber vor allem auch quasi, wie er sich als Vater, weil darum geht, das ist quasi das, was er im Film ist. Einer, der aus dem Krieg zurückkommt und erstmalig wieder Vater ist nach Jahren. Und der sich ja dann auch später quasi, der Film ja schon lange aufhört, wo die Christina Nöstlinger aufwachst, als sehr superer Vater entpuppt, so wie die Frau Nöstlinger das erzählt. Also das heißt, sich generell überhaupt in diese Rolle rein zu versetzen, das sind dann diese spannenden Dinge, diesen Charakter zu verinnerlichen und so. Ja, ja, dass man es halt ist dann, wenn es soweit ist. Und du musstest ja, und das ist, finde ich, immer bewundernswert, das ist auch sehr viel in den Medien oft zitiert worden, 30 Kilo abnehmen, um sozusagen dem Typ auch zu entsprechen, damals aus dieser schwierigen Zeit. Ja, mich stellt das immer, wenn in Filmen, ich sage immer, quasi die Grundlage ist, dass man mal so ausschaut, wie der Thema spielt. Und das ist natürlich bei manchen Rollen weniger wichtig, weil es da eine Bandbreite an Möglichkeiten gibt, in die man halt hundertprozentig reinpassen muss. Aber wenn jetzt jemand jahrelang als Wehrmachtssoldat und dann in Gefangenschaft und dann im Lazarett noch die letzte Zeit dann in Wien, wo es halt einfach nichts mehr zum Essen gegeben hat und wenn das einfach ein wichtiges Thema ist, dann ist es wichtig, dass man phänotypisch das einlöst. Ja. Und insofern war halt dann irgendwann die Entscheidung, mache ich es oder nicht, dann habe ich halt abgenommen. Und dass das Abnehmen und Diät machen ist halt eben hundert Millionen Zeitschriften auf der Titelseite, ist einfach ein interessantes Thema, aber jetzt für mich prinzipiell nicht so interessant. Ja, mir geht es mehr um die Tatsache, dass man echt ja teilweise wirklich einschneidende Dinge in Kauf nehmen muss für eine Rolle. Ja. Weil das ist ja jetzt dann im Privatleben nichts Unwesentliches in der Vorbereitungszeit, Weil 30 Kilo abzunehmen ist ja nicht was, was man so schnell einmal einfach so mit dem Fingerschnipsen macht, sondern da muss man ja wirklich konsequent und diszipliniert dann an die Sache rangehen. Ja. Das ist für mich mehr zu bewundern eigentlich. Aber das Disziplinierte muss ja sowieso sein, wenn man sowas macht wie einen Kinofilm. Ja. Das hat viel mit Disziplin zu tun und die beginnen dann nicht erst am ersten Drehtag. Ja. Und insofern war das halt quasi der erste Schritt und das war ja auch lang vorher schon. Ja. Und außerdem wollte ich eh schon lange wieder mich in einen Zustand zurückbringen, wo ich war als 20-Jähriger eigentlich. Steht ja auch sehr gut, muss man sagen. Ich danke mich sehr herzlich. Ja. Das ist kein Schleimen. Kommt vom Herzen. Mir ist es auch angenehmer, umso erfreulicher. Ja. Danke. Gerne. Aber mir ist es auch um prinzipielle Beweglichkeit gegangen. Oder wie man sich halt fühlt. Da hat die Rolle eine super Doppelfunktion auch gehabt. Genau. Das war unterstützend. Aber ich hätte sowieso vorgehabt. Ich war eigentlich, ich war nie ein sehr sportlicher Mensch, aber es hat mich immer auch interessiert und es war immer Teil meines Lebens, aber irgendwann ist das dann immer weiter. Bei diesen Vorsätzen, die dann, wenn kein Muss dahinter ist, ja meistens die sind, die man dann am wenigsten konsequent verfolgt. Ich meine, das ist auch so eine Typfrage, aber ich glaube, wenn man so ein konkretes Ziel vor Augen hat, wenn man es muss, dann muss man natürlich anders agieren. Ja. Ich meine, in dem Moment, wenn man die Entscheidung trifft, ich möchte das machen, muss man es dann einlösen. Dann hat man die mitgetroffen, die Entscheidung trifft. Und sonst, ich hätte natürlich auch sagen können, nein, ich mache es nicht und nehme trotzdem ab, aber ich wollte diese Rolle wirklich einspielen. Und ich, dieses ganze Filmprojekt ist ja auch vier Jahre lang ein wesentlicher Teil meines Lebens gewesen oder Arbeit oder in der Vorarbeit. War das so geplant, dass du mehr in die Kinoecke jetzt gehst oder hat sich das auch, wie so vieles in deinem Leben ergeben? Ja, so wie ich jetzt nicht so wahnsinnig viele Pläne habe, war das auch so. Also, der Film ist ja auch daraus entstanden. Der Christian Tolezal hat vor vielen Jahren das Buch über die ganz armen Leute von der Nöstlinger quasi wiederentdeckt, also für sich halt. Und der hat mit Ursula Strauß, die haben sich, glaube ich, in der Schauspielschule kennengelernt, und die haben Lesungen gemacht. Und der ist dann irgendwann die Idee entstanden, ein Theaterstück daraus zu machen. Und da bin ich dann auch dazugekommen. Und das Theaterstück hat dann die Miriam Unger gesehen öfters und war da irgendwie nah dabei. Und dann ist die Nöstlinger als Autorin einfach wieder ganz normal mehr in den Fokus gerückt. Und dann hat die Miriam das Maikäfer-Buch gebracht, dass sie dann sie gelesen und unser Sohn. Und dann ist die Idee entstanden, das wäre doch ein Filmstoff. Ja. Und ich habe dann die Klastin Nöstlinger schon kennengelernt gehabt und habe sie angerufen und dann hat sie gesagt, das kann man nicht verfilmen. Das haben andere auch schon probiert. Wirklich? Okay. Ja, weil es natürlich, klar, historisch, 1945, das ist alles klingt teuer und ist teuer und schwierig herzustellen. Und insbesondere war das dann, also alleine unter dem Aspekt, weil die, also vor allem die Katharina Wöppermann, die hat die Ausstattung gemacht, die das Unglaubliches, finde ich, daher gezaubert hat an Räumen, aber auch in den Außenszenen, dass das so glaubwürdig war, dass bei einer Vorstellung in Linz war, dass so ein 90-jähriger Mann zu mir gekommen und danach hat er gesagt, er muss das jetzt wirklich sagen, er hat das erlebt und er hat sich daran erinnert und er hat es wiedererkannt. Wow. Und ich habe mir gedacht, das ist schon ein tolles Kompliment. Besser geht's nicht. gelungen ist, einmal dieses Setting herzustellen. Ja, Wahnsinn. Tunnlich zu vermeiden. Ja, ich habe die Miriam eigentlich beruflich kennengelernt, lange bevor wir jetzt zusammengekommen sind. Das war sogar noch vor der Gründung von FM4. Sie war damals bei Zickze bei U3 und ich war bei Treffpunkt U3 und da haben uns unsere Chefs zusammengespannt oder Chefinnen und Doppelmoderationen bei Gemeinschafts-Sendungen machen lassen. Und sie war dann angehende Filmmacherin und hat für die Filmakademie einen Film gemacht, da habe ich auch schon gespielt, Filmakademie Film und dann später Teenage Tennessee. Genau, ja. Den habe ich in Erinnerung. Ja. Und irgendwie die Arbeit war immer Teil unseres Zusammenseins. Also das Zusammenarbeiten und auch in jeder Form, Wohlstuck, Film, Musik, was auch immer für Medien. Genau. Ja, wenn man sich so kennenlernt, ist das, glaube ich, auch eine andere Ausgangsbasis. Ja. Ja. Und sie ist eine gute Regisseurin und es ist schön, mit einer guten Regisseurin zu arbeiten. Also auch als Schauspieler selber nicht schlecht eigentlich, wenn die Frau oder die Freundin Regisseurin ist, weil man dann auch filmtechnisch vielleicht sich wieder das eine oder andere Projekt ergibt, weil man sagt, du hast jetzt gar nicht immer so die Pläne, was passieren soll. Was ja bei der Freiberuflichkeit eh so ein tägliches Auf und Ab ist, mit dem man konfrontiert ist. Der eine kann, glaube ich, schlechter damit, der andere besser. Muss man ja auch abkönnen. Ja. Nicht immer zu wissen, was so in den nächsten Wochen passieren soll. Ich meine, es ist jetzt nicht so, wenn man jetzt sagt, das ist jetzt der erste Film seit der Jahrtausendwende, den ich mit ihr mache. Also es ist jetzt nicht so, dass ich, dadurch, dass ich mit einer Regisseurin zusammen bin, in diesem Stück. Ja, ja. Also ich glaube, der letzte davor war 1999, ist der rausgekommen. Okay, ja. Irgendwie gedreht 1998 oder 1999 und der nächste dann 2016. Also es ist jetzt nicht so, dass… Ja. Also es war jetzt auch nicht so gemeint, dass dadurch eine Bank ist. Nein. Man weiß ja auch, dass Regisseure ja teilweise total kämpfen, um überhaupt Filme drehen zu können, wegen der ewigen Budgetgeschichten, die es da gibt und so. Ja. Also es ist ja für alle gleich schwierig. Ich meine, das ist in, ich denke mir, wurscht, ob das jetzt im künstlerischen Bereich ist oder auch im handwerklichen Bereich. Sagen wir mal so, so wie ich aufgewachsen bin mit den Möglichkeiten, die man beruflich hat, ist es ja nicht mehr heutzutage. Also auch wenn wir jetzt die Kinder anschauen, die jetzt erwachsen werden und die dann irgendwann mit 18 maturiert haben oder eine Lehre oder Geselle sind oder was auch immer, die gesamte Situation hat sich sehr arg verändert in jeder Branche. Ja. Und gerade in der Kunstbranche auf gut der Kurzlebigkeit heutzutage ist ja extrem schwierig geworden, ne? Ja. Finde ich. Ehe deswegen ist Karriereplanung oder so. Ja, bringt eigentlich in dem Sinn. Natürlich funktioniert das für manche Menschen, aber das ist halt so wie, das sind halt die Berufswünsche, die man halt hat. Zuerst die Woche hat Star werden gesprochen, auch wenn jetzt ein junger Bub sagt, ich möchte Fußballstar werden. Ich meine, wenn man sich statistisch anschaut, wie viele werden Fußballstars in Österreich zum Beispiel. Die Chance relativ gering, ne? Und selbst da, ich meine, es gibt noch viele ärgere Berufe, Balletttanzen zum Beispiel, als Tänzer, bist du ja mit 30, 35 fertig in Wirklichkeit. Ja. Weil es einfach körperlich irgendwann nicht mehr geht, weil das ja halt Hochleistungsberufe sind, ne? Ja. Den Körper auch kaputt machen, ganz schön teilweise, ne? Entschuldigung, bis wir losgehen. Macht nichts, macht nichts. Aber es gibt ja auch, da gibt es ja auch die unterschiedlichsten Zugänge. Es gibt ja auch die Leute, die, so wie Alf Boyer mir erzählt hat, die etwas so abgrundtief visionieren, dass es dann funktionieren muss. Die Überzeugung gibt es ja auch teilweise, oder dieser Glaube daran, dass wenn man etwas so anstrebt, dass es dann natürlich bessere Chancen hat, zu funktionieren, ne? Ja, ja, klar. Ich denke mal, es braucht eine starke Vision von etwas, oder dass man halt irgendwas im inneren Auge sieht, wo man hingeht. Aber dann muss man natürlich auch alles tun, was es dazu braucht, dass man das so ausführen kann. Dass man dann zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, ne? Zum Beispiel. Aber ich bin jetzt nicht der, der sagt, es gibt so Menschen, die nicht mehr religiös sind, sondern quasi ans Universum glauben. Und natürlich, wir sehen jeden Abend den Sternenhimmel, es gibt ein Universum, aber diese Wünsche ins Universum als Symbolik, das funktioniert wahrscheinlich auch dann eher, wenn man auch das Handwerk lernt. Es ist sicher nicht unförderlich, wenn man das auch machen kann. Ja. Es geben noch tausende Dinge zu besprechen, nachdem aber deine Autogrammstunde nähert, oder Selfiestunde. Selfie? Wir lassen uns überraschen. Dich. Ja. Eine wichtige Sache, die Musik ist dir ja auch immer ein Anliegen gewesen. Die Musik ist Begleitung meines Lebens. Begleitung immer wieder gewesen. Ja. Äußert sich jetzt auch in einem weiteren Filmprojekt? Ja. Einerseits das, im August wird der Film Hotel Rock'n'Roll rauskommen und da spiele ich einen Gitarero, was natürlich wundervoll ist und mit in der Band. Sänger der Band ist niemand geringer als Michael Ostrowski, himself, der auch Regie führt gemeinsam mit Helmut Köpping. Und der wird im August rausgekommen. Und das waren sehr erfreuliche Zeiten, die wir miteinander verbracht haben für den Film. Ja. Das heißt cool, du kannst in dem Fall Schauspiel mit Musik sogar verbinden. In dem Fall ist es wirklich herrlich. Großartig eigentlich. Und im Jänner sind wir wieder mit der Familie Lessig auf Tour. Familie Lessig, genau. Mit Manuel Rubey, Gunke und so weiter. Ja. Gatti Prima. Ja. Boris Viala. Und natürlich auch erweiterte Familie, Clara Lucia. Ja. Das wird auch schön. Aber das ist jetzt gerade erst in Planung. Aber das freu ich mich auch. Ja. Eigenes Soloalbum gibt es ja auch von dir. Vor ein paar Jahren habe ich eine Soloalbum gemacht. Großartig. Also man sieht schon, wir könnten noch Stunden plaudern, aber wir sollen nicht. Tage und Nächte. Weil die Agentur im Hintergrund schon shared. Ja. Ich komme. Aber es war mir ein großes Vergnügen. Ja, mir auch, Gerald. Danke. Dass ich die Ehre erfahren durfte, hier auf diesem roten Stuhlplatz zu dürfen. Ist das eine Ehre? Wirklich? Ja, sicher. Das freut mich. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Schön was. Danke dir. Vielen Dank. Die Hand zum Gruße. Die Hand zum Gruße. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und an die Zuseher zu Hause noch der traditionelle Hinweis. Abonniert unseren Kanal, die Interviewreihe auf dem roten Stuhl. Hier sind sie, die coolen Gäste. Wir machen weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis bald. Ciao. Danke. Danke. Mmmmm. Mmmmm.